Hey sehr und konnichiwa, hier ist wieder euer Kerno, zurück mit Mario Galaxy in der Windgarten-Galaxie und wir müssen jetzt hier durch diesen Sternenring springen! Ey, da war ein Riesenäpfel. Okay. Da ist der nächste Sternenring, den ich natürlich nicht nehmen darf. Dann machen wir mich hier auf diese Äpfel. Ey, das ist jetzt offensichtlich. Bitch! Okay, das hat mich ein bisschen erschreckt. So, jetzt kann ich... Das war ja zu offensichtlich. Bum! Okay, das war der Fall. Und dann muss er noch irgendwo einer sein. Genau da. Ha! Server Schultz, ne Wäckler. Mann, ist das eine lange Raupe. Ich wette, die geht's... Oh, ich dachte, da wäre noch einer neben dem hier. Nein! Ja, das war doch mal wieder so von Arsch. Na komm. So, Batch! Ja, wieso hat mir denn keiner gesagt, dass das der Falsche war? Ich weiß. Ich nehm den hier. Um Ärger zu kriegen. Nein. Die lasse ich mal leben. Auch nicht das. Muss ich euch alle etwa töten, oder was? Haha, plattgenäbelt. Hier ist noch einer. Und das scheint er gewesen zu sein. Wir sind auf einer süß aussehende Raupe draufgeklettert. Ey, hier ist doch irgendwas. Hier ist schon der Sternkreis. Dann muss hier doch tatsächlich irgendwo noch ein gar... Ein Hormorpelz! Das nenn ich geil. Ich lauf dagegen und ne Sekunde danach nehm ich den Hormorpelz auf. War das nicht irgendwo cool? Oh, der sieht ja bösartig aus. Äh? Was muss ich dann jetzt machen? Ja, Hilfe, Hilfe. Okay, muss ich warten, bis er von selber rauskommt? Was? Au. Na komm. Na komm. Hä? So. Ich habe keine genaue Ahnung, wie ich den angehen soll. Ehrlich gesagt. Das sind alles gerade nur Glückstreffer. Hä? So. Jetzt. Komm her, komm her, komm her. Ey, du Pisszock. So. Nochmal. Standteile wir nebenher sammeln. So, das war's. Ich hatte nicht wirklich die Ahnung, wie ich den angehen muss. Aber ich hab ihn einfach mal besiegt. Okay. Egal. Was sagst du? Danke, du hast mich gerettet. Ja, bitte sehr. Und dafür bekomme ich nur einen läppischen Stern. Mach ich mir schon hier arbeit und kämpfe gegen einen Maulwurf. Einen zu groß gewordenen Maulwurf. Mit, mit, äh, Spitzhelm. Und krieg ich nur einen Stern dafür. Das ist doch wohl. Wir hatten 69 Sterne. Wisst ihr, was das bedeutet? Boah, die Sterne sind ganz schön pervers heute. Ach, nee. So, Windgarten, Sandinsel. Windgarten, Sandinsel. Windgarten, Sandinsel. Was soll ich machen? Äh, ich hab ne Idee. Ich mach meine Augen zu und drück auf meinen Kugelschreiber. Wenn die Spitze draußen ist, ist es der Windgarten. Also. Spitz ist drin, Sandinsel. Juhu. Dududududum. Äh, so. Jenseits des endlosen Treibsands. Dam, bam, bam, ba-da-ba-bam. Das sieht doch auch wieder so komisch aus. Boah, Treibsand. Wo lande ich? Jetzt. Boom. Hier. Hier lande ich. Nur wo ist hier? Hier ist, wow. Eine. War ja schon komisch, dass du eine einzelne Münze war. Na, komm. Und. Was bist du? Oh. Du bist ein ganz böser. So. Ich hätte aber lieber gern zwei Münzen. Denn die würden mir grad ein bisschen mehr bringen, als irgendein. Ah. So, hier. Münze. Danke. Und nochmal Münze. Vielen. Dank. What the fuck? Oh. So. Da war ein Homo. Pilz. Oh, jetzt hab ich den Homo-Pilz verpasst. Okay, Dry Bones. So. Einen hier hoch. Ah. Ich geh hier den oberen Weg. Ne, anscheinend nicht. Oh. Muss ich jetzt so Dinger sammeln? Ach, wie herrlich. Ne. Wow. Boah. Oh, das ist jetzt so ne, so ne, so ne Geduldssache. So. Und. Da ist was. Da ist er. Da ist der Nächste. Nein. Okay. Dann einmal nochmal. Hä? Was soll ich denn mit dem Panzer? Ah, der. Aha. 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 Ich hab's. Ich hab's. Gebleckt. Jetzt will ich aber erstmal den aus dem Christalter haben. Da ist sie. Ihr seht ja nämlich. Ist so ne Truhe. Jetzt kann ich ihn hier nehmen. Und jetzt. Nicht so schnell. So. Wo ist er? Der Pipapo-Panzer. Da ist der Pipapo-Panzer. Komm her. Pipapo-Panzer. So, 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 und auf dieser Spur bleiben uns. Boom. Ich werde dir sind jetzt was weiß ich wo. Nee. Ja, das war ja, das war ja perfekt. Wow. Gelb-Grün. Ich nehm, ich nehm, ich nehm, ich nehm, ich nehm den gelben Weg. Hä? So, jetzt geht's da weiter. Das sieht aus wie so ne Kampfebene. Noch nicht. Anscheinend muss ich jetzt rein. Oder drunter. Wie ihr wollt. Was ist? Er? Ist mir egal. Sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Und. Wupp. Und hopp. Ah, tatatatatam. Ah, warte. Block. Ich. Danke für die Sternzeile. So, jetzt hier. Dann. Ah, geht's hier. Lang. So, sind hier wieder Sternzeile. Gut. Ah. Da. Ruppen? Ist der Stern. Oh, da komme ich von da aus nicht hin. Ich wette, ich muss hier irgendwo lang. Hier irgendwie was machen. Äh, nee. Das. Ja. Knochen trocken. Du bist doof. So, noch einmal. Ha. Äh, komm, ich bin einfach mal mutig. Und. Aha, okay. Ich dachte, das wären irgendwelche fiesen Gegner. Die ja ganz fiese Matenten. Moment. Das sieht ein bisschen. Oh, nein. Okay, wenn ich da drin lande, dann bin ich tot. Okay, das sah gerade von oben ein bisschen Kummerstahl auf der Plattform aus. Oh, wir sind wieder hier. Gehen wir einfach mal auf die Plattform. Hä? Hä? Das sieht so komisch hier aus. Was muss ich denn? Ähm, ja. Gehen wir einfach mal in das Loch da. Was da gerade noch war. Wo wir nicht reingegangen sind. Das habe ich gar nicht gesagt, dass da ein Loch ist. Egal. Da. Das Loch meinte ich. Gehen wir da jetzt einfach mal rein und gucken, was hier hinten, hier drunter so ist. Das sieht ja schon ganz gut aus. Und somit ist das jetzt ja auch gelöst. Ich muss keine Bats machen. Da muss ich mich beeilen. Ich wette, jetzt komme ich schon nicht mehr rüber. Ja. Und ran an den Stern. Boah, ich hasse solche Zeitaufgaben. Vor allem, weil ich da dann immer die Luft anhalte. Boah, ja, ich halte die Luft bei Zeitaufgaben an. Jetzt wisst ihr es. 54 Sterne. Und ich merke, wir haben schon einige zusammen. Ist das schön. Dann komm, ab in die Sand, in die Galaxie. Sandinsel und die Wild-Wild Windgartenhaus. Ja, ich meine auch Windgarten-Galaxie. Wo die Schwerkraft hinfällt. Okay. Ich muss sich Mario jetzt unterm Baum stellen, sodass sich ein Apfel auf ihn draufknallt. Oder irgendwie. So, dass ein Apfel auf ihn draufknallt. What the fuck? Das sieht doch schon wieder so komisch aus. Nein, krank, sag ich nicht. Keine Sorge. So. Pflaume. Wir kriegen das Ding. Wir haben noch eins. Was bringt es mir, wenn ich die drei habe? Okay, das sagt mir schon mal, dass ich hier... ...dass ich Sternteile kriege. Sternteile und Maß. So. Gucken, wo muss ich denn jetzt lang? So, der unbesiegbare Mario, der verabschiedet sich jetzt in den nächsten Part. Ähm, ja, weil wir haben jetzt keine Zeit mehr. Also, ähm, ja, ihr wisst schon, ne? Und so, das war euer Keanu. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.